da 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 ich habe ein halbherzen läuft läuft mir nein spinne bleib weg nein spinne okay noch kein pilz gewachsen hey zombie oh ne ja man ich bin schon level 19 okay ich bin 21 ja für das dass ihr letztes masche drei stunde gespielt habt aber ist denn dort die ganze zeit gestorben warum seid ihr da die ganze zeit gestorben weil jonas ein kill das war meine vergangenheit deine vergangenheit holt sich ein genauso nur ich hab dich heute noch nicht gekillt ich habe ich auch gar nicht so oft gekillt wer schon da weggange wundert mich jetzt aber der 6 der sack 6 watt staubsauger also macht nacht macht die spinne viel schaden weißt du wie man gegen eine spinne kämpft sicher weiß ich das ich weiß so ist fertig ich weiß selbst wie man creeper kämpft okay jonas das war echt geil hey pedi komm ich zeig das man über die creeper kämpft bäm was blumen bei creeper bäm oh ja ich bin der ups ok jetzt kann ich dich wieder töten zerstört ne ganz sicher nicht jonas ich bin jetzt fertig wenn ein farmholz sowie was du bist fertig kann ich nicht glauben beweis beweis die zwar scheiße aus aber egal also ist nicht fertig wir brauchen da wirklich remake schlecht hallo ich hab wieder gehört oh scheiße oh scheiße oh creeper scheiße oh wo ist der explodiert im wasser halt stopp also wir haben eine kleine kuh hab grad dafür gesorgt dass wir nachwuchs kriegen 3 creeper und eine spinne hoch wo denn hinter 5 creeper hinter mir Alter wo bist du denn ich seh dich nicht wow bei mir Alter wie viele oh man ich hab deine xp aufgesammelt dankeschön ich hab kein level hast du jetzt wie viel level hast du jetzt ein Balken ich hab nicht mal ein level lol ich hab mehr level wie ihr ach ja ich bin doch grad gestorben mann ja hier lagen zwei level ne 6 level ach genau wo lag deine leiche ich brauch meine axt jonas es kann sein dass ich ein paar sachen von dir aufgesammelt hab ja scheiß drauf ich hatte eh nix besonderes ne habe ich auch grad gesehen ich war grad er und ich hab wieder 5 6 holz welches holz ich hoffe eichenholz ne birke ne warte ich hab 27 jetzt glaub aufformen als zu meinen mohr warum geht ihr alle meinen ja jetzt bin ich weg dann hast du mich los ja ok mach dann mein mach aber strip mining und buddel dich senkrecht runter im rathaus und nimm ein paar leitern mit uns ne nicht im rathaus hä warum hinter der treppe kann man doch senkrecht runter buddeln ne weißt warum beginn doch hier unten da bist du schon allgemein viel weiter unten ja denk doch mal da ja wenn du da ein extra häusle drüber baust ja wenn du da oben anfängst musst du ja allein mal die 20 blöcke äh berg nach unten ist ja in Ordnung oh mann warte mir schreibt irgendjemand was er auf Facebook Alter warum hab ich Facebook offen warum hab ich Facebook offen warum hab ich Facebook zu gerade der wo nicht aufnimmt er hat Facebook zu mal gucken was so abgeht gerade wir haben genau um viertel achte angefangen mit aufnehmen mhm ja schwarz Eiche eh alter ich hab mein Ohr ist taub von diesem schwarz von dir gerade schwarz alt hat es bei dir gerade auswiegern im Ohr ach ne warte Jonas hat ja glaubt Boxen oder? was ich? ne ich hab kein das ist krass dass man bei dir kein Echo hört Trissi ist jetzt fertig mit dem mit dem 6 Watt Staubsauger Hallo sagt die grad was? ne sagst du grad nichts äh Jonas ich glaub ich mach mal ein paar Leitern meine Mama meine Mama hat überlegt jetzt einfach mal ein Hausputz zu machen jetzt Geil läuft bei der ja steckt äh warum sagst du denn nicht dass es jetzt nicht geht also ich buddel mich jetzt hier nach unten weil sie darauf scheißt wie meinst du jetzt? aber das mit dem Staubsaugen fertig jetzt wird noch der gesamte Boden im Haus gewischt was läuft äh Jonas denkst du es reichen fast äh 1 halb Stacks leider ja reicht gut dann komm ich dir nach ich muss mich hier schon mal ausrichten richtig jetzt ja ich hab auch noch 2 Steinspiegelzacken ähm die Koordinaten ja genau sind äh ich glaub ich hab sie minus 186 und minus 196 danke also mach einfach 2 mal minus 196 äh Jonas wo machen wir die Mine hin? hier direkt neben den Weg oder? mhm hier buddeln wir uns runter aber ich brauch ein Schwert ein Schwert so ja ne äh Jonas stirbt eh nö gestern bin ich nicht gestorben stimmt und wie will man beim Stripmine sterben? das kriegst du das kriegst selbst du hin Jonas ach komm ich glaub daran ich glaub daran ich geb die Hoffnung nie auf ok hast du Fackeln? geh dir zu zweit das ist mein oder wat? keine Ahnung ich geh auf jeden Fall geh ihr wisst jeden dritten Block wieder in Gang machen ja helfst du jeden dritten? nein jeden zweiten also zwei blöcke frei zwei blöcke frei zwei blöcke frei ja ja also jeden dritten aber ich mach den auch immer nur zwei hoch ich hab da schon mal eine leider hingesetzt ne okay immer drei hoch drei du gehst auf höhe elf und dann machst du drei blöcke hoch Jonas auf höhe zwölf und zwei blöcke hoch ne ne auf höhe elf ok warte pass auf ich mach welche auf höhe zwölf ja ich fang schon mal an zu putteln ja ja besserwisser ich hab elf Diamanten ich werd's wohl wissen stimmt also mach Trissi nach nicht mir Trissi hast du Kohle ja ich bin gerade ja willst du das sind eigentlich noch Fragen hehehe welche Höhe eigentlich zwölf zwölf Trissi sagt zwölf ich sag drei ich sag elf ich sag zwölf ich sag auch zwölf fickt euch alle ohhh jetzt bin ich traurig ey ach scheiß sogar boi Jona äh Jannis lass doch n oh man was du setzt die Bäume nicht mehr an wet bin da zu faul dafür ja man merkt's wo habt ihr euch eigentlich runtergekommen jetzt ohne Spaß unten ja wo ich unten ja unten direkt neben der Treppe mehr anstützt Jonas du bullsch aber immer schon immer zwei breit ja gut äh werf mal Leitern runter pass auf kommt so oh toll auf welcher Seite auf der auf ok also auf der wo ich jetzt stehe ok nein ich hab noch 64 falls du brauchst oh fuck ich hab immer zwei gesetzt oh 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 scheiße 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 oh loll ah fuck jonas wie viel Level hast du bekommen gar nix gar nix hier sind grad ach so scheiße Janis hat der wie viel Level 20 hab ich gehabt mehr wie 20 jetzt hab ich 8 das hat gelegt das hat gelegt und dann bin ich runtergefallen ist grad jemand an mir vorbei gefallen ja das war ich du weißt schon dass ich dich da runter geschlagen habe Janis Janis ja warte du weißt dass ich dich da runter geschlagen habe echt jetzt ja weil das hat übel gelegt äh loll wo warst du da bitte ich war hinter dir lol ich bin doch direkt an der Wand gestanden da ne ähm warte ich geb dir jetzt mal dein Zeug ja hier raus bitte ja ein paar Sachen liegen noch unten scheiße hätte ich nichts gesagt da hätte der Dach da hätte ich fuck echt wo hier bei der bei dem Lagerhaus ja dann mach ich mal hier deine Überfläche da kommt die Alter jetzt Alter was ist jetzt los ich hab 12 fps what the fuck was ist los gib mir mal meine Fackeln hast du die wieder hoch Alter äh ich hab alles oben hingeschmissen alles klar aber warte die Fackeln nicht warte so ich hab aber Fackeln echt wie viele also warum hab ich 46 also what the fuck ja ich hab 64 ok äh ich glaub ja das ist meine 64 ich würde sie mal kurz ganz kurz die Aufnahme unterbrechen weil ich brauch auch ein paar denn 12 fps ist ein bisschen scheiße ist doch egal lass einfach weitermachen hallo 12 fps warum hast du nur 12 ich weiß nicht alter leck das ok ne ich mach hier einfach einen kleinen Cut ja bis gleich tschüss tschau